Herr Hauser, herzlich willkommen. Was ist denn Ihr erster Eindruck vom Messeauftritt von DOKA? Ich würde sagen, das ist ziemlich imposant. Wenn ich mich hier so umschaue und all die Produkte, die neuen Innovationen, die wir unseren Kunden vorstellen, sehe, dann bin ich wirklich tief beeindruckt. Und was ist Ihre Erwartungshaltung für die kommende Woche? Meine Erwartungshaltung ist, dass wir als DOKA-Team den Kunden das natürlich auch rüberbringen, was wir für Sie im Angebot haben, dass wir den Kontakt suchen proaktiv und mit den Kunden gemeinsam über unsere neuen Innovationen sprechen. Und worauf freuen Sie sich persönlich am meisten? Ich freue mich natürlich auf den Kundenkontakt, um wirklich hier existierende und aber auch neue Kunden kennenzulernen, deren Probleme auf der Baustelle zu verstehen und mit ihnen gemeinsam zu diskutieren, wie wir einen Beitrag zu der Lösung dieser Probleme bieten können. Und natürlich das auch vor dem Hintergrund all unsere Innovationen, die wir hier zeigen. Ganz herzlichen Dank.